Hallo und herzlich willkommen, ich heiße Stopfa15344 und wir spielen Broforce auf der PS4 nun weiter. Ja, ich wünsche euch natürlich viel Vergnügen bei dem Let's Play und wir beginnen nun mit Mission 4. Mal sehen, was uns alles erwarten wird. Ich bin gespannt. Ich kenne das Spiel nicht. Das heißt also, es wird ein Blind-Let's Play, aber das wisst ihr ja inzwischen schon. Wir sind jetzt schon bei Mission 4 und mal sehen, was hier abgehen wird und wie wir noch alles retten können. So, stirb du Dreck, so. Oh, jetzt sind wir selber gestorben. So, aber jetzt geht's los. Oh, 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 oh. Das war richtig, richtig knapp. So, ist da drüben, Bro. Nee. Na toll, jetzt hab ich mich selber umgebracht. Ihr seht, können wir sie auch wegkicken. So, dann sterbt mal, ihr kleinen Drecksfliegen. Ach, Mann, ey. Ja, wir spielen wieder Indiana Jones. Und ich laufe natürlich noch voll rein. Oh, wow. So, die hätten wir schon mal erledigt. Ich freu mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mal sehen, was uns alles hier erwarten wird. Oh, wir sind hier natürlich wieder gestorben. Ah, okay, und wo jetzt lang? Achso, da rüber. Oh, oh, oh. Oh, das gibt's doch gar nicht. Oh, 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 oh. Keine Ahnung, wer das ist, aber auf jeden Fall, wir haben einen neuen Charakter. Na super, Mann, was mach ich denn hier heute für scheiße? Oh, was ist das denn für eine kacken Mission? Jetzt gibt mir doch endlich mal einen richtigen Kämpfer. Wir sind natürlich wieder am Bro vorbeigelaufen. So, die hätten wir schon mal erledigt. Jetzt gehen wir drüben, dann die da unten. Oh, das gibt's doch nicht. Ey. Wir sind schon wieder... Oh, ich kipp's doch nicht. Okay. Ich kipp's doch nicht. Entschuldigt, Leute, aber ich muss jetzt mal ein bisschen ruhiger werden, weil natürlich... Jetzt hör auf, hör auf! Alter, diese Kackhunde. Boah, das kann doch nie wahr sein. So, da hätten wir noch jemanden befreit. Wie wir wissen, ist da unten natürlich Keimbrow. So, die sind schon mal down. Boah, das knüpft. Boah, wir haben es geschafft, endlich. Ja, entschuldigt, Leute, es hat alles ein bisschen länger gedauert, aber ich hätte nicht gedacht, dass die Mission so schwierig wird. So, dann hätten wir die schon mal erledigt, da unten, die Spackos. Ja, man sieht, man kann doch mit dem Fahrstuhl fahren. Oh, da ist da noch ein Bro. Da ist auch noch ein Bro. Ja, jetzt kommen wir auch nicht mehr weg hier. Oh, oh. So, hätten wir das schon mal geschafft. Jetzt geht's weiter. Mal sehen, wie wir hier noch alles befreien können. Oh, ein neuer Gegnertyp. Oh, geil. Damit sind wir zwar nicht besonders schnell. Aber man hat ja gesehen, was das Ding für einen Schaden macht. Oh, super. Oh, geil. Von Matrix. Oh, ich wollte den gerade einsetzen, die Arschis. Ah, man sieht schon, der stirbt nicht, der Roboter. Aber jetzt ist er raus. Oh, ho, 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 ho. Ja, das Spiel wird immer bekloppt, aber wir starten jetzt Mission 5. Okay. Mal sehen, was uns hier erwarten wird. Ich habe wirklich gar keine Ahnung, was hier alles noch auf uns zukommt. Aber das werden wir ja gleich sehen. Oh, ja, ist ein Berend. Ja, na super. Gleich gestorben am Anfang. Ist natürlich richtig geil. Boah, Alter, was ist denn denn jetzt hier? Boah, Alter, ist das eine knallharte Mission. Ich glaube, die schießen hier Mörse oder sowas. Oh Gott, ja, wir sind schon wieder tot. 3, 2, 1, go, go, go. Ja, man sieht ja schon, wir sind hier wirklich in einer Mission, die wirklich sehr knallhart ist. Mal sehen, was uns hier noch erwarten wird. L basement. Für ihr seht mal. Schön viel. Ich will wissen, wer uns hier beschießt die ganze Zeit. Aber man sieht ja schon, das ist ein Kriegsgebiet. Meine Fresse, ey. Was geht hier ab, Alter? Oh, Alter, was ist denn das jetzt hier? Oh, wir haben sie endlich geschafft, die Mission. Oh, meine Fresse. Die war wirklich hart. Ja, wir werden jetzt noch eine weitere Mission hier spielen können. Und dann würde ich sagen, beende ich das Let's Play. Das müsste eigentlich ausgereicht haben. Und ich hoffe natürlich, dass ihr mir ein Abo, ein Like und einen Kommentar da lasst. So, jetzt gehen wir mal weiter hier, Kumpel. So, da unten ist ein Bro. Mal gucken, wer es ist. Okay, Bro-Ruckus. Oder Bro-Ruckus, wie er hier heißt. Oh, ist das dumm. Nö, nö, nö. Oh, ist schon wieder tot. Das kann nie wahr sein. Ja, die können durch eine Rakete schießen. Okay. Ey, es kann noch nie sein. Warum bewegst du dich denn nicht runter, Junge? Ja, der Hund hat uns getötet. Ja, obwohl wir ihn ja abgeschossen haben. Ja, der... Oh, was ist denn das für ein Schach ist, ey? Also, das, was mich an dem Spiel richtig nervt, ist, dass die Steuerungsbefehle hier manchmal nicht akzeptiert werden. Und das ist natürlich sehr beschissen. Kann man mal so sagen, wie man will. Okay, wer soll das sein? Oh, sterbt, ihr Drecksäule. Und man sieht ja schon, diese Bots sind... Ach, doch, diese Bots sind schon irgendwie ganz gut, aber... Oh, was geht hier abgerade? Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Ja, natürlich, wir sind wieder gestorben, wie immer. Willst du mich jetzt verarschen? Egal, Leute. Ich beende jetzt das Let's Play. Es hat mich gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal schalten würdet von Broforce. Wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Mal. Und bitte hinterlasst mir ein Abo, ein Like oder ein Kommentar darüber, würde ich mich sehr freuen. Bis denn und tschü.